Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Sonntag und eigentlich wollte ich gestern und heute das zweite Wochenende der Black Ops 6 Beta durchsuchten, weil den ersten fünf Tagen habe ich halt nur einen Abend gespielt. Es war nicht viel mehr Zeit, weil ich noch andere Sachen spielen wollte und habe gedacht, okay, mach das halt beim freien Wochenende. Und für alle, die wenig Interesse an negativen Vibes haben, ist das hier meine offizielle Empfehlung, dieses Video jetzt auszuschalten, denn ich werde, habe ich schon länger nicht gemacht, sehr offen und ehrlich ansprechen, wie scheiße das Game nach einer Woche plötzlich ist. Und das ist nicht irgendein Rant-Video, einfach nur um es zu machen, habe ich keine Lust und keine Zeit für und es bringt auch nichts. Es ist für mich unbegreiflich, wie man ein Game mit einem Movement-System machen kann, was vier Jahre Entwicklungszeit haben soll. Vier ganze Jahre angeblich. Und es fühlt sich jetzt trotzdem am zweiten Wochenende an, wie das, was wir die letzten fünf Jahre hatten. Von Entwicklerstudios, die ein Jahr, zwei Jahre und drei Jahre Zeit hatten. Den gesamten Speed, den wir durch das Omni-Movement am ersten Wochenende hatten, ist weg. Komplett. Wir können immer noch Diven, das ist toll. Aber leider kam Activision mit Treyarch auf die Idee, dass es jetzt an der Zeit wäre, nachdem man die Daten vom ersten Wochenende hat und es wieder Crybabys gegeben hat, die bestimmt sich wieder aufgeregt haben, weil es einfach zu schnell ist oder zu aggressiv oder sonst was, dass man alles wieder rückgängig macht. Wusstet ihr, dass ihr in diesem Wochenende, wenn ihr einen Dive gemacht habt, fast eineinhalb Sekunden Delay habt, bis ihr aufstehen und wieder sprinten könnt? Und wann hatten wir das zum letzten Mal? Modern Warfare 2. Wusstet ihr, dass alle, wirklich alle, Movement Speeds, Slide Speeds, Waffen, Vorbereitungszeiten, Sprint-Out-Times, dass die alle reduziert worden sind zum ersten Wochenende? Habt ihr nicht gewusst? Steht doch in den Blogpost, also in den Patchnotes, in so einem kleinen Absatz irgendwo unten, dass man ja das Feedback wahrgenommen hat und dass es wohl zu schnell war und man will es ja auch nicht zu langsam und zu schnell haben. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass dieses ganze Game auf dieses Omnimovement aufgebaut ist und von diesem Omnimovement jetzt leider nichts mehr zu sehen ist. Es ist kein großes Highlight, wenn ich auf eine Ecke zuspringen kann und im Flug mich zur Seite drehen kann. Das ist kein Highlight, das können andere Games seit zehn Jahren schon. Dafür brauchte ich kein Treyarch-Studio, was vier Jahre Entwicklungszeit hat. Kommen wir zu Treyarch bei dem Ganzen. Nicht nur, dass sich dieses Game deswegen so anfühlt, auch durch die Engine, die ja die gleiche ist wie Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 und wie sie alle heißen. Nicht nur, dass es sich gleich anfühlt. Es sieht jetzt dann dadurch auch wirklich komplett gleich aus. Ich habe gestern drei Stunden diese Beta gespielt und hatte das Gefühl, ich spiele schon wieder MB3. Oder noch ein bisschen langsamer MB2. Es ist kein Unterschied mehr zu merken. Wo ist dieses Entwicklungsstudio, was über Jahre eine Arbeits-Epos an den Tag gelegt hat, dass wir Meisterwerke bekommen haben wie Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 war gut, Blackout war gut. Selbst Cold War unter schlimmsten Voraussetzungen war einfach irgendwie ein Game, was ein bisschen Charakter hatte. Und jetzt Black Ops 6, kein Charakter, gar nichts, null. Black Ops 6 fühlt sich für mich als COD-Spieler an wie, wie soll man das sagen? Es fühlt sich an wie jedes andere Game der letzten sechs Jahre in der Call of Duty Franchise. Kein Unterschied mehr zu gar nichts. Es ist alles das Gleiche. Jetzt verstehe ich ja, dass es auch durchaus andere Meinungen gibt bei dem Thema, wie ein Call of Duty vom Speed her sein sollte und ob es jetzt ein aggressiveres Call of Duty sein soll oder ein langsameres, ob es taktischer sein soll oder weniger taktisch. Aber wo man doch nicht darüber diskutieren muss, im Jahr 2024 ist die Tatsache, dass ich jede einzelne Runde vom Beginn der Runde an ein Zeichen links auf meinem HUD habe, wo steht Packet Burst. Jede einzelne fucking Runde. Und dazu kommt, dass wir Matrix zu Skill-Based Matchmaking bekommen haben. Leider steht in den Matrix nicht drin, dass man als normaler Spieler, der überhaupt gar keine Ambitionen mehr hat, da irgendwas Großartiges zu machen, trotzdem, weil man einfach Hände hat, die dazu gemacht sind, an einem Controller draufzudrücken, dass andere Spieler auch sterben. Das gehört zum Game dazu. Und leider sind diese Hände bei mir nun mal so, dass ich durchaus mal einen Kill in der Runde mache. Ich laufe nicht durchgängig gegen eine Wand. Leider lässt es mir kaum die Möglichkeit, auch für euch Content und Fun zu machen, denn ich spiele jede einzelne Runde mit Packet Burst, was so extrem krass noch nie war, was schon was bedeutet, weil Packet Burst und Paketverlust ist eigentlich der zweite Name von Call of Duty mittlerweile. Ich spiele auch Runde für Runde für Runde auf jeder einzelnen Karte gegen komplette Teams, die alle nur eine Waffe kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, Chat, aber anscheinend gibt es im Black Ops 6 nur die PDW. Es gibt keine andere Waffe. Ihr sucht einen Gegner mit einer MP5, das tut mir leid, die gibt es nicht. Also den Garm gibt es nicht. Die Waffe gibt es anscheinend, aber die Leute können nicht draufklicken. Sie können leider nur auf die PDW klicken. Und das ist Skill-Based Matchmaking. Packet Burst ist Skill-Based Matchmaking. Das heißt, wir haben es hingekriegt, von einem vernünftigen Standard am ersten Wochenende zu einem Below-Standard am zweiten Wochenende zu kommen. Und das innerhalb von einem Tag Pause, wo man dann eben diesen Patch draufgespielt hat, der alles schlimmer macht, als es eigentlich vorher war. Und jetzt könnte man denken, kann man sich drüber ärgern, wird halt nicht so großartig sein dieses Jahr. Es geht ja weiter. Wir sind ja noch nicht fertig mit dem Ganzen. Wusstet ihr, dass es eine schwachsinnige Idee war, diesen nagelneuen Modus in die Rotation reinzubringen, bei dem immer einer das HRT ist, also die Person, die man safen muss. Und alle anderen müssen dann die HRT vom Gegner-Team töten. Habt ihr gewusst, also ich frage das auch die bei Treyarch, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die, die bei Treyarch mittlerweile arbeiten, noch die gleichen sind, die wir bis vor drei, vier Jahren dort hatten. Ich glaube, dass man sehr erfolgreich es geschafft hat, über die Jahre aus den einzelnen drei Entwicklerstudios, aus Treyarch, aus Infinity Ward, aus Sledgehammer, die Leute rauszuekeln, aufgrund von falschen Gehaltsvorstellungen oder sonstiges, die über Jahre dafür gesorgt haben, dass da qualitativ geile Games für uns als Gamer kommen. Und ich finde, man darf sich beschweren, wenn man 80 Euro dafür ausgibt und das Game Dogshit ist am Ende und man mehr mit Serverproblemen zu tun hat und mit einem Algorithmus, der beim Matchmaking entscheidet, wie die Beta für einen läuft, als wenn man einfach nur das Game genießen kann, was andere Unternehmen für weniger als 80 Euro seit Jahren erfolgreich hinbekommen. Warum gibt es denn so viele Leute bei Extraction-Based-Shootern mittlerweile? Warum gab es 150.000 Spieler live bei Delta Ops? Ja, es war umsonst, aber es war gut. Es war ein gutes Game, was in einer Alpha-Phase weiter und fertiger war als Call of Duty, in der Beta-Phase, als Battlefield drei Jahre nach Release und sonstige Games. Jetzt wird es bestimmt einige geben, die sagen, naja, er übertreibt es ja auch ein bisschen. Habt ihr gewusst, dass es bis vor drei Wochen das klare Announcement auf der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty gab, dass wir in der Beta acht verschiedene Maps testen können. Wenn ihr jetzt mal durch die Maps geht, sind von diesen acht Maps, die wir da angeblich testen können, irgendwie keine acht mehr übrig. Jetzt könnte man fragen, wo sind diese Maps denn? Antwort A. Ihr dürft antworten. Was ist die Antwort? Richtig. Man hat es einfach vergessen. Antwort B. Ihr dürft antworten. Auch wieder richtig. Vielleicht gibt es die einfach noch nicht, weil wenn sie die jetzt schon raushauen, wir zum Release wieder zu wenig haben, während die neu sind. Oder Antwort C. Es ist den Leuten halt bei Treyarch und Activision auch eigentlich egal. Und sie könnten auch einfach nur eine Map rausbringen zur Beta. Die Beta ist ja längst nicht mehr, um wertvolles Feedback einzuholen, wofür so eine Beta und so ein Alpha-Test und Playtest früher mal war. Man ist ein Entwickler und Publisher, gibt den Leuten ein Game und sagt, guck mal Leute, das ist unsere Idee, testet das mal. Was ist geil? Was ist schlecht? Worauf können wir hören? Was könnten wir Sinnvolles ändern? Nein, die Beta ist mittlerweile nur noch da, dass man eben nochmal weiter promotet. Dass die Leute durch Skill-Based Matchmaking Interesse daran haben, gerade schlechteren Geld zu investieren. Dann kaufen die die Volt Edition für 110 Euro und dann ist das Thema erledigt. Die spielen dann drei Wochen das Hauptgame, kaufen 33 Skins da drinne und richtige COD-Spieler. Und ich sage richtige COD-Spieler. Man ist, ich weiß nicht, wenn ich richtige COD-Spieler sage, dann meine ich durchaus Leute, die schon früher gespielt haben und nicht erst die seit einem Jahr dabei sind und jede Woche Kohle in den Shop draus haut, weil sie sagen, geil, geil, geil. Ich bin massiv davon enttäuscht, wie schlecht die gesamte Performance und die Entwicklung dieses Games zwischen dem ersten Wochenende und dem zweiten Wochenende ist. Packet Burst, viel zu wenig Maps, das gesamte System, wie man sich bewegt, ist ultra, ultra, ultra verlangsamt worden. Und nichts von dem, was am ersten Wochenende als gutes Fundament für ein vernünftiges Call of Duty war, ist jetzt am zweiten Wochenende noch da gewesen. Und dazu kommen dann diese Entscheidungen, die wir seit Jahren tragen als Spielerschaft, wie, ja, du lebst zwar und hast 20 Kills nacheinander gemacht, aber du verdienst deine Streaks trotzdem nur einmal, auch wenn du 20 Kills nacheinander gemacht hast. Das sind solche Entscheidungen, die einfach nur auf den Casual ausgerichtet sind. Und Games können ohne Casual-Player nicht bestehen, das ist so. Aber die Casuals sind doch schon in ihren Protected Brackets. Lasst uns Geeks doch oder die etwas Besseren frei aufeinander losspielen. Wenn ich schon jede Runde gegen PDW schwitzen muss, dann gib mir doch wenigstens die Möglichkeit. Ich war gestern, Chad, auf einer 28er-Streak, zwei vor einer Nuke, was schon krass war in so einer Beta, fand ich persönlich jetzt krass, und habe in dieser gesamten 28er-Streak eine Drohne freispielen können, eine Konterdrohne und ein Kampfheli. Das war's. Ich hätte eigentlich drei oder viermal meine Streaks haben müssen, aber das Game mit Treyarch und Activision hat sich vor Jahren dazu entschieden, dass es ja irgendwie unfair wäre, wenn man halt gut spielt und am Leben bleibt. Also müsste ich eigentlich Drohne, Konterdrohne erspielen, mich töten, sie aktivieren, in dem Leben, wo ich es aktiviere, dann nochmal verdienen, dann am Leben bleiben, damit ich pro Nuke-Run theoretisch zweimal die Drohne habe. Diese Beta gestern habe ich nach dreieinhalb Stunden ausgemacht, habe was anderes gemacht. Und nach vier Stunden insgesamt hatte ich dann generell auf Gaming keinen Bock mehr. So viel schlechte Laune hat mir dieses Game gestern nach diesen Änderungen vom ersten Wochenende gebracht. Und wenn das jetzt einem gar nicht gefällt, was ich sage, ist mir das ehrlicherweise egal. Ich habe gesagt, ich werde hier immer auf diesem Kanal so ehrlich sein, wie ich kann. Und das bin ich in dem Fall. Ich bin massiv enttäuscht. Ich habe 80 Euro dafür ausgegeben, in der Hoffnung, dass das erste Beta-Wochenende eine Richtung vorgibt, wie dieses Game sein könnte. Und all diese Sachen sind einmal um gefühlt 50% verlangsamt worden. Es ist immer noch grottenschlecht. Die Server-Performance ist schlecht. Das Matchmaking sorgt dafür. Nichts an diesem Game, was ich gestern gespielt habe, war es aktuell wert, dass man da auch nur irgendeine größere aktive Zeit ins Gaming reinbringen kann. Ich bin enttäuscht. Ich hoffe, ihr habt bei der Beta jetzt am zweiten Wochenende mehr Spaß gehabt. Wenn nicht, I'm sorry. Ich bin ein paar Minuten.